Musik 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 Ja, so sieht jetzt das Ypsinas aus, eine kleine Verbesserung. Immer noch nichts Schönes, keine Frage, aber doch zumindest eine kleine Verbesserung für die Hunde. Sie können mal raus, sie können mal ein bisschen ran, haben für die Zeit, wo drin sauber gemacht wird, die Möglichkeit ein bisschen zu schnuppern und man hat gesehen, dass sie eigentlich auch nicht in ihrem Käfig machen wollen, sondern sie haben alle ihr großes Geschäft als aber auch gepullert. Das ist noch ein bisschen. sie waren eine ganze woche nicht draußen auch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020